So, wir sind hier in unserer Halle, die super ausschaut ist mit allem, was wir brauchen. Heute ist Regenerationstag und es geht auch in diesem Stil weiter. Die, die fertig sind, wie ihr seht, sind schon ein bisschen am Bellen. Man kann es nicht sein. Für euch heisst es die Wirklichkeit. Velo fahren. Die, die nicht gespielt haben oder erst wieder zurück sind, waren auf dem Platz. Und ja, am Schluss geht es dann weiter mit dem Mittagessen. Und dann sehen wir uns auch mal hier beim Hotel.